hallo und herzlich willkommen zurück auf der joe craft willkommen zu einer weiteren folge all the mods gemeinsam zusammen mit rgb pixel hallo hallo und rgb hat hier das design noch mal vom labor ein bisschen auf hübschen aufgearbeitet und das sieht mittlerweile richtig richtig cool aus alter du hast dich echt bei allen bei debi ein bisschen inspirieren dass auch hier mit den me storage infos oder so das ist cool nee die benutze ich schon ewig ja aber echt ich habe mittlerweile wieder chat alles was ich mittlerweile baue ist von debi geklappt ja verzeihung nein aber das ist echt cool gemacht das heißt die zeigen uns an wie viel hier im bienen labor produziert wurde also die die drei mittleren zeigen die füllstände von den tanks da hinten an der linke zeigt an wie viele genetik labware noch im system ist und für den rechten weiß ich noch nicht was wir da rein machen und das hier oben open computer screens hingebaut genau da wird eine anzeige quasi dann reinkommen okay okay bin gespannt ja nichts besonderes einfach nur so ein bisschen deko ja ja aber es wird mega leute ich habe auch tatsächlich mich ein bisschen beschäftigt mit bildschirmen und zwar den screens aus erf tools ihr habt eine schleuse gebaut ein bisschen analoge redstone technik hier unten verbunden mit rechts und conduits ergeben dieses schleusendesign hier man geht quasi hier vor die schleuse wir sehen schleuse bereit exit aktuell auf labor jetzt kann ich auf start drücken dann exit korridor schleuse läuft und bereit die tür öffnet sich kann reingehen in die schleuse im schleusenraum drin ihr seht auch hier mit grün markiert welche tür gerade offen ist ich drücke auf start bei der schleuse na ich muss hier davor stehen so zack schleus läuft die tür geht zu es soll was passieren so die schleuse öffnet sich und das was jetzt passieren soll das möchte ich gerne heute mit euch machen und zwar missbrauchen wir dort ein bisschen pneumatik craft wir brauchen jetzt dafür diese pneumatischen tubes genau wir brauchen dann pneumatik camouflage okay und ein paar tubes brauchen wir so jetzt wird spannend wir ziehen hier drunter einmal eine druckluft pipe so hier hoch die geht dann hier rein und ihr seht die pipe die ist jetzt so gebaut dass sie einfach hier endet mit dem nirgendwo und da hatte ich mich eine lustige kleine idee gehabt was man nämlich jetzt machen kann aber diese hexen die die ganzen mobs nerven hier rgb kann man irgendwie eine maschine bauen die das alles killt die mobs ja einfach irgendwie eine maschine die hier alle mobs schnitzel in der nähe nerven ich glaube ausleuchten wir die idee der wollen okay okay gucken wir uns das mal gleich an also item conduits ich brauche jetzt item conduits und ich brauche so einen kompressor von links und wir brauchen ein interface da ist unser interface jetzt machen wir folgendes und zwar ich bin ein bisschen irritiert wie genau das funktioniert du kannst doch glaube ich bei item conduits sagen dass erst wenn strom läuft ein item übertragen wird oder ja du kannst den redstone mode halt statt auf always active auf active with signal oder active without signal setzen okay ich setze mal hier einen block hin was mich jetzt interessiert ist ob dieser block das strom signal aufnimmt und an alles weiter gibt mal gucken nein tut er nicht das ist jetzt ein bisschen ärgerlich kann ich den receiver verschieben ich glaube das ist eine ganz schlechte idee obwohl der receiver ist noch auf dem richtigen channel eingestellt okay dann mache ich das jetzt mal so und mache einen repeater dann sollte die schleuse noch funktionieren ja der receiver ist quasi das von diesem button hier ihr seht während die schleuse läuft kann man die schleuse dabei umschalten das ist auch eine richtig geile funktion der schleuse während läuft kann man sie umschalten falls man sich irrt so jetzt kriegen wir strom auf diesem block und jetzt bin ich mal sehr gespannt was passiert wenn ich jetzt hier einen kompressor hinstelle und an den kompressor pack jetzt ein item conduit und dann hole ich mir jetzt im interface block das quasi ein lager zugang den setze ich jetzt hierhin jetzt müssen wir es noch verbinden dazu nämlich jetzt so ein me glasfiber kabel da die müssen wir noch mal kurz herstellen dann lasse ich mal kurz ein paar davon herstellen da wenn sie gerade hergestellt und da sind jetzt einige fertig wir schließen dieses interface an unseren zentral computer an jetzt vorsichtig die leitung legen so ist verbunden jetzt holen wir uns noch eine crafting card die dem system sagt dass es items bestellen soll na crafting card okay wir haben keine karten mehr perfekt die crafting card legen wenn das ding ein und sagt dem ding bitte bestelle mir doch ein stick hierhin und es wird jetzt automatischen stick hierher geholt wenn es angeschlossen ist da war was rgb hatte mich gewarnt warte mal warte mal warte mal das heißt wir müssen das woanders anschließen wir müssen das glasfaserkabel hier anschließen weil das blaue ding ist eine art tunnel kanal das heißt quasi da laufen die kanäle durch 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 eine art tunnel und der tunnel hatten ausgang und der ausgang des tunnels ist hier dieser stelle da passiert hier was passiert habe ich mich gebaut jetzt müssen wir aber stimmen nein nein warum nicht mal das kabel an was so ansatz ach das hat schon alle kanäle belegt das schon vorher musste ich hier an dem dance kabel musste abzweigen aber du kannst das ja genau du kannst das hier weg machen an der stelle auch noch ach so ja gut es bringt mir nichts ja ich sage genau also ist immer auf die habe ich gerade unser system kurz geschlossen ja das heißt mal kurz sind jetzt beide kerne ausgefallen habe ich gerade miss geworden ja du hast mir system geschrottet es läuft noch doch aber wenn du rein schaust ins system du siehst nichts mehr dann also du hast es schon geschrottet repariert ich brauche jetzt das braucht jetzt erst mal wieder zwei drei minuten bis hochgefahren ist wieso braucht das so lange um hoch zu fahren jetzt muss erst mal alle drives und alle kanäle neu verbinden das heißt jetzt ja das muss das system ja der server leckt doch gerade hatte jetzt geht es dann wieder dass der muss quasi wenn du das machst und dann wieder trennt dann müsste jeder einzelne also jedes einzelne gerät im gesamten netzwerk muss dann noch mal neu connected werden das ist das heißt unser ganzer zentral computer startet jetzt gerade neu okay gut zu wissen genau jetzt ist jetzt wieder da bei mir hängt es noch ja hallo computer genau jetzt sind hier auch hier die kanäle also ist keine gute idee sowas zu machen das ist wirklich ja ja ich gemerkt schön es ist schlecht ja gut und deshalb und deshalb ist es auch eine schlechte idee eigentlich diese flüssig kabel zu nehmen weil die sich mit jeder farbe verbinden ja dann ist egal jetzt die leiden kabel aus dem system benutzt ja dann hätten die sich mit dem raum gar nicht erst verbunden das sind das ist wieder liegen bleiben oh ja jetzt cool okay dass man ja genau gehe ich jetzt quasi genau mit denen machst du das deshalb habe ich das immer farblich kodiert hier damit das nicht passieren kann und damit wir immer auch wissen welches system was ist dann wissen wir immer ja auch hier leim ist das system okay okay so aber jetzt muss es ja funktion das heißt jetzt müssten hier stöcker bestellt werden können wenn du hier diese verbindung noch reinmachst ja warte warte welche verbindung warte ich muss mal ganz kurz gucken das ist hinter mir ach da stimmt und jetzt ist mit dem datenkabel verbunden und da passiert nichts aber kann es sein dass das vielleicht moment dauert ja ja dann muss jetzt erstmal eine verbindung herstellen verbindung zum zentral rechners hergestellt stecker sind da werden automatisch nachgekraft wunderbar jetzt kommt der spannendere teil war da ich möchte es glaube ich anders haben ich möchte es nur haben dass automatisch immer nur ein stock bestellt wird so jetzt kommen wir zu diesem ding hier das ding soll quasi ein stock extrahieren redstone mode und hier soll es inserten ok wenn jetzt hier strom drauf ist müsste ein stock übertragen werden und damit müssten wir es eigentlich schon haben das heißt wenn ich jetzt mal quasi streus aktiviere ist nichts passiert okay das ist interessant hat das also gar nicht klappt übertragen des stocks haben sie auch redstone modus eingestellt oder wie genau läuft der redstone mode ab redstone mode aktiviert mit signal ok alles klar ich verstehe ich verstehe ok 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 aber trotzdem brauchen wir redstone conduits dafür die das redstone signal leiten ich verstehe ok kriegen wir hin wir müssen dazu ein kleines bisschen umplanen hier komme ich nicht raus verstehe wie es funktioniert das ist natürlich raffiniert gemacht weil die conduits jetzt miteinander kooperieren dass wir zwacken das redstone signal von hier ab jetzt richtig lustig müssen wir unsere range nehmen und mal sagen was wir alles nicht brauchen das hier brauchen wir ist das nicht die richtige range jeder range okay warte mal hier nichts machen bitte hier nichts machen hier nichts machen hier ist ein input rot der rote input geht quasi ah diese jeter range zum kotzen ah alles kaputt gemacht blödes fisch so also mal bitte kein input hier insert green und hier aktiviere dich mit dem signal rot das heißt wenn rot an ist wird signal gemacht okay ist aber nicht gut ne ist überhaupt nicht gut das hier muss redstone werden an dieser stelle machen noch mal ganz anders leute wir sind jetzt auf gutem weg wir reißen das kabel weg das kabel reiß ich ab hier mache ich jetzt noch hin und das hier ist jetzt mein input rot von unten geht da hier rein und lässt dann weil input hin item durch an den kompressor und zwar ein stick in dem fall ist dadurch okay mal gucken ob es geklappt hat wurde das item jetzt übergeben ich habe nicht das gefühl dass das item übergeben worden ist ähm ich befürchte dass die redstone chondroids nicht nach oben das signal ablesen können das ist doof rgb das ist nicht schön äh heißt die können das signal nicht nach oben warte machen nein können sie nicht aber aber wir können das ja quasi ich kann ja vielleicht ich kann ja vielleicht helfen N經 weenen bleiben den läßig das lieb das liebungs das .... ich möchte es selbst versuchen es Hasta minde selbst feuern das ist erst möglich zu lösen okay vielleicht na gut das ist jetzt alles kriechen ich bin gerade also ich bin jetzt auf einem guten weg ähm es ist nur sehr eng das ist glaube ich eher das problem hier Ich weiß nicht, warum ich das immer mache. Ich baue immer Techniken so, dass es super eng ist. Aber ich liebe so enge Techniken zu bauen, andererseits. So, also auch hier wieder gleiche Geschichte. Extract. Ne, Quatsch. Hier machen wir ein Extract. Wenn rotes Signal an ist, dann darfst du Extracten. Hier machen wir Insert von Green. Gut. Dann gehen wir jetzt hier nach oben und da hin. Und jetzt müssen wir einige Redstones deaktivieren. Hier deaktivieren wir das. Hier deaktiviere ich das. Hier deaktiviere ich das. Das hier ist ein Input für rot. Der rote Input sollte jetzt weitergehen dahin. Und bin mal gespannt, ob jetzt was passiert. Achtung, fertig. Hat nicht geklappt. Oder hat das was damit zu tun, dass eventuell... Hä? Warum wird kein Item weitergeleitet in den Ofen? Ich muss mal kurz... ...das ausprobieren. Es funktioniert auf jeden Fall. Es kann ein Item durchgegeben werden. Ist dieses Signal hier aber zu kurz dafür? Activate with Signal. Red. Das Signal Red kommt aber hier nicht rein. Warum will das hier nicht reingehen? Red. Signal. Star. Ah, doch, jetzt klappt's. Okay. RGB. Dann habe ich es, glaube ich, fertig jetzt. Alles, was ich jetzt noch machen muss, ist diese Camouflage-Dings-Geschichte zu nehmen. Und... Bam. Fertig. Rein theoretisch sollte es das jetzt sein. Das heißt, die Schleuse müsste jetzt fertig gestehen. Jedes Mal, wenn ich auf den Knopf drücke, wird ein Stick da reingemacht. Und es wird hier... Mal machen. So. Zack. Luft reingeleitet. Oh yes. Und wir werden hier dekontaminiert. Perfekt. Der Ofen läuft ein bisschen länger als erwartet. Was hat denn die niedrigste Brennrate in Minecraft? Gibt's etwas, was noch schneller brennt als Ticks? Gibt's irgendwas, was so richtig schnell brennt? Also irgendwas, was richtig ratzerfatz so brennt? Vielleicht ein Stone Button? Bambus. Gibt's denn Bambus hier? Äh, klar, oder? 300 Ticks. Nee. Ähm. Vielleicht... Vielleicht ein Button? 100 Ticks. 100 Ticks. Button ist nicht schlecht, ne? Stick. Wie schnell brennt ein Stick? Auch 100 Ticks. Ja gut, die brennen beide gleich lang. Und zwar 5 Sekunden brennen die. Ein Carpet eventuell. Ja. Burn Time 67 Ticks. Deutlich schneller. Okay. Können wir die Carpets automatisieren? Haben... Wir haben doch unendlich Wolle jetzt im System, oder? Ja, haben wir. Okay. Dann müssen wir quasi jetzt erstmal Carpets automatisieren. Du, 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 du. Das können wir ja ganz schnell machen. Wir gehen zu unserem Zentralcomputer. Und erstellen eine Crafting Card. Carpets. So, bitte machen wir... Nee, Carpet. So, zack. Speichern auf der Crafting Card. Und dann setzen wir das in unseren Assembler ein. Das ist quasi der Autocrafter, wenn man es so haben möchte. Tak, ist eingelegt. Jetzt können wir Teppiche bestellen. Fliegen zurück zu unserer Tür. Und sagen, dass das Ding bitte Carpets immer holen soll. Und jetzt craftet er die automatisch. Carpets werden jetzt autogecraftet und fertig. So. Dann testen wir es mal aus, ob das jetzt besser läuft. Brennt irgendwie genauso lang. Ich habe das Gefühl, dass die fast schon länger brennen als die anderen. Aber egal. Irgendwie funktioniert das nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Mit den Carpets. Oder? Hm. Es gibt negativen Druck. Irgendwie will er nicht die Carpets durchlassen. RGB. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass meine Konstruktion noch nicht so ganz funktioniert. Ähm. Saplings sind noch kürzer. 100 Ticks. Das geht denn nicht? Nö. Saplings sind, äh, Carpets sind tatsächlich die kürzesten von der Brennerate her. Ja, es funktioniert nicht zu 100%. Ich check das mal eben mit RGB. Geschafft. Wir haben tatsächlich das Problem lösen können. Und zwar über analoge Technik. Ein, äh, wie nennt sich das? Hopper macht's möglich. So einfach geht's, liebe Leute. Ein Hopper. Und im E-Interface, da sind die ganzen Carpets drin. Wir sollten mal ein paar bestellen. Vielleicht so mehrere 64er. Die sollte er ziemlich schnell durchcraften. Wir haben ein sehr schnelles Crafting-System. Wir sagen ihm auch, bestell immer oder hab immer 64 von den Carpets parat. Die werden hier in den Trichter reingepackt. So. Der Trichter lässt immer ein Item durch. So läuft nun die Schleuse. Ich hatte nochmal ein bisschen hier rumexperimentiert mit den Blöcken, mit mehr Sachen. Aber, nee, jetzt bin ich zufrieden. Jetzt läuft's auch jedes Mal. Wir müssen also nochmal unsere Camouflage-Geschichte nehmen und einmal das hier machen und das hier machen. Jo, ich bin fertig. RGB, willst du mal sehen, die Schleuse? Ja. Die ist jetzt fertig. 200% fertig. So. Vom Labor aus. 100%. Ja, ich bin damit zufrieden, tatsächlich. Also ist ganz cool geworden. Also. Die funktioniert jetzt so, dass sie quasi in jede Richtung eine Dekontamination durchführt. So. Wir sind jetzt hier im Labor. Da drückst du jetzt hier auf quasi Start. Jetzt wird die umgepult, die Schleuse. Sehen. Status läuft. Exit Labor. Und. Bereit. Wir können reingehen. In den Schleusenraum. Drücken jetzt hier auf Start. Du siehst auch an den grünen Pfeilen, dass sich die Tür gleich öffnen wird. Jetzt wird hier dekontaminiert. Und wir können rausgehen. Naja. Krass, oder? Und jetzt, wenn ich rein will, äh. Die bleibt offen. Also sie quasi bleibt immer das ein Toggle. Also ich muss nur den inneren Start drücken, oder? Genau. Ist egal. Alle Starts machen das gleiche. Aber wenn ich jetzt hier reingehe, dann geht ja die Tür zu wahrscheinlich, ne? Also ich sollte, wenn ich drin bin, wahrscheinlich schon eher da drücken. Ja. Das ist quasi, um die Schleuse wieder zurückzubekommen. Also quasi, wenn ich quasi, jetzt ist hier ja zu. Ich möchte ja quasi jetzt hier rein. Da kann ich jetzt hier auf Start drücken. Ja, verstehe, verstehe. Und jetzt wird die, jetzt ändert die quasi das Programm in dem Moment, indem ich hier drauf drücke. Du siehst jetzt, öffnet sich gleich die Tür hier. Ja, okay. Jetzt bin ich hier quasi einfach länger drum. Okay. Du siehst die grünen Pfeile hier, zeig dir an, welche Tür sich gleich öffnen wird. Mhm, mhm. So. Wir haben ja den Teleporter hier drin. Genau, weil wir den Teleporter hier drin haben, wenn die natürlich hier auf Labor stehen bleibt, die Schleuse, dann ist ja quasi alles in Ordnung. Theoretisch können wir noch eine Funktion einbauen, dass die Schleuse nach vielleicht so zwei, drei Minuten von alleine auf Labor umschaltet, dass sie quasi bei Labor permanent offen steht. Ja. Aber ich denke so, andererseits, die Schleuse kann einfach in ihrem letzten Zustand bleiben, wie eine richtige Tür. Ja, aber schauen wir mal, je nachdem, wie sehr es uns nervt. Ja. Also, wenn du Pech hast, ist halt die Tür zu, dann musst du eben warten, bis die Schleuse bereit ist, musst reingehen und dann nochmal drücken. Aber gut, so wäre es halt im echten Leben auch, weil wir wollen ja quasi, dass keine kontamierte Luft von dem einen Bereich in den anderen Bereich kommt. Richtig, nicht, dass noch unsere Genexperimente irgendwo eine Pandemie verursachen. Richtig. Naja, und das war schön, dass wir jetzt die kleine Schleuse da haben, aber meine Damen und Herren, ihr seht schon, jetzt gibt es so eine große Schleuse zum Bauen. Das wird auch lustiger, dass die Schleuse wieder in den Garten führt. Ich nehme mich der Aufgabe an und wenn ich fertig bin, zeige ich es euch im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis bald. Tschau Leute. Tschau Leute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017